Moin Moin und herzlich Willkommen zum TEWS! In den folgenden Minuten wird's mal wieder richtig magisch, denn ich möchte Euch zeigen, wie Ihr tolle Farbverläufe ganz ohne Airbrush hinbekommt. Und zwar am Beispiel von einigen Pilzen, die ich für Moonstone, Summoners und Frostgrave einsetzen möchte. Dazu habe ich mir einige Pilze aus dem 3D-Drucker geschnappt, die mir kürzlich ein Freund vermacht hatte. Netterweise hat er mir auch einige Rundbases ausgedruckt, die perfekt in die Mulden dieses alten Wald-Sets von Games Workshop passen. So kann ich die schicke Waldbase weiterhin für die Bäume und auch für meine neuen Pilze nutzen. Für alle, die keinen Zugriff auf einen 3D-Drucker haben, habe ich oben zwei TWS-Tutorials verlinkt, in denen es ums Pilzebasteln geht. Ihr müsst für große Pilze dann einfach nur etwas mehr Green Stuff zum modellieren nehmen. Ansonsten könnt Ihr Euch natürlich auch fertige Pilze kaufen, z.B. von Reaper-Managers. Eine Auswahl von Links findet Ihr in der Videobeschreibung, ebenso die Links zu den 3D-Druck-Dateien. Apropos 3D-Druck, manchmal sind die ausgedruckten Flächen ja arg glatt, vor allem wenn man die Objekte stark vergrößert hat. In dem Fall empfehle ich transparente Modellierpaste, die sich unverdünnt auftragen und verstreichen lässt, um wie hier eine rindenähnliche Struktur zu erzeugen. Oder man nimmt einen feuchten Pinsel, um wellige Oberflächen zu modellieren. Danach erstmal das Übliche. Leim auftragen, ein paar Steinchen platzieren, Sand drüber streuen, trocknen lassen und grundieren. Dazu habe ich Korax White von Games Workshop verwendet. Und dann kann's auch schon mit der Bemalung losgehen. Ich bereite zunächst ein helles Sandbraun für die Pilzstiele und ein Erdbraun für die Bodenbereiche vor. Zuerst werden also nur die Stiele, und dann der Boden bemalt. Treibt dann kurz Euren Pinsel trocken und verblendet danach die Übergänge zwischen Stiel und Boden. Dazu genügen einfaches Tupfen und kurze Streichbewegungen. Nach dem Trocknen geht's mit einem dunklen Grau für die größeren Steine weiter, bevor die Stiele mit einem braunen Wash eingefärbt werden. Auf den Boden kommt dann ein schwarzer Wash, wobei Ihr gerne auch ein wenig schwarzen Wash in die unteren Bereiche der Stiele für einen nassen Nassverlauf tupfen könnt. Nach dem Trocknen dann alles wie üblich mit helleren Farben Trockenbürsten bzw. Trockentupfen. Schminkpinsel sind dafür übrigens besonders ideal, aber dazu gleich mehr. Das war's dann auch schon mit der Vorarbeit – und jetzt wird's richtig bunt! Schnappt Euch ein paar knallige und kräftige Farben und sortiert davon einige zu Zweiergruppen. Das kann mal ein heller und dunkler Farbton sein, oder zwei Farben mit einem interessanten Kontrast. Mit jeweils einer dieser Zweier-Farbgruppen werden die Lamellen der Pilze bemalt, also die Unterseiten der Hüte bzw. Kappen. Die dunklere Farbe ist die Grundfarbe, mit der zweiten wird trocken gebürstet. Und auch die oberen Bereiche der Stiele werden mit der zweiten Farbe noch etwas trocken gebürstet, um einen interessanten Farbübergang zu schaffen. Spätestens jetzt solltet Ihr Euch einen weichen Rundpinsel schnappen – idealerweise einen Schminkpinsel. Denn Schminkpinsel sind ideal fürs Trockenbürsten und fürs Tupfen von weichen Farbverläufen. Mehr zu diesem Thema habe ich Euch oben verlinkt. Nehmt eine Farbe Eurer Wahl, wobei es ein mittlerer bis dunkler Ton sein sollte. Bemalt gegebenenfalls erstmal damit einige Ecken der Pilzhüte bzw. Kappen, bevor Ihr mit dem Schminkpinsel auf die Flächen neben den Lamellen tupft. Nehmt dann eine zweite Farbe und davon etwas in Euren Schminkpinsel auf. Durch das Verreiben der neuen Farbe vermischen sich beide Farben im Pinsel und Ihr bekommt beim Tupfen dadurch schon einen weichen Farbübergang. Genau so macht Ihr dann Farbe für Farbe weiter, wobei die Farbtöne immer heller werden sollten. Denn wie beim Trockenbürsten ist es einfacher, von dunkel nach hell zu arbeiten. Kleinere Details werden natürlich mit einem feineren Pinsel bemalt. Habt Ihr nach ein paar großen Pilzen den Dreh beim Tupfen raus, färbt die kleineren Pilze auf dieselbe Art ein. Noch ein Tipp – streicht mit dem Schminkpinsel zwischendurch immer mal wieder über ein angefeuchtetes Küchentuch, um beim Tupfen den typischen Staub-Look zu vermeiden, den man vom Trockenbürsten kennt. Ganz nach Geschmack können die Hüte bzw. Kappen danach noch mit einem Seidenmatt oder Glanzlack versiegelt werden, damit die Farben besonders kräftig leuchten. Wer mag, kann dann noch etwas Bodenvegetation aufbringen. Ich habe mich für Flock und feines Turf entschieden, damit die Pilze gut zu meinen kürzlich gebauten Ruinen passen. Nach dem Versiegeln mit Tiefengrund oder einem Wasser-Holzleim-Mix aus dem Zerstäuber könnt Ihr zum Beispiel auch noch Glitter aufbringen, damit's richtig magisch wird. Solche Döschen gibt's für kleines Geld in Bastelläden, allerdings solltet Ihr Euren Arbeitsplatz unbedingt gut abdecken und beim Auftragen jeglichen Windzug vermeiden. Denn sonst habt Ihr das Zeug überall. Abschließend alles noch mal richtig gut mit Tiefengrund oder einem Wasser-Holzleim-Mix versiegeln, damit definitiv nichts von dem Glitter herunterrieselt. Eventuell müsst Ihr nach dem Trocknen noch mal mit etwas Lack die Pilzhüte bzw. Kappen nachbearbeiten – je nachdem, ob Ihr diese glänzend haben wollt. Danach wären die magischen Pilze dann auch schon spielbereit. Die Waldbase habe ich übrigens genauso bemalt und dekoriert wie die Pilz-Bases. Einzig auf den Glitter habe ich verzichtet, damit ich den Waldboden auch noch für normalen Bewuchs nutzen kann. Ich wünsche Euch nun viel Spaß beim Nachtupfen, denn wie Ihr gesehen habt, sind weiche Farbverläufe echt kein Hexenwerk. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann! Habt Ihr nach ein paar großen Pilzen den Dreh beim Tupfen raus, färbt die kleineren Pinsel auf die... Pinsel. Pilze, Pinsel, alles dasselbe.